Was denn sonst? Oh Gott, euch fahr ich jetzt erstmal alle da raus? Was ist überhaupt mein Ziel? Die Frage, ne? Was ist mein Ziel? Keine Ahnung. Zu gewinnen! Ich bin so schlau. Ja, mein Wissen ist gigantisch. Und die sind da oben so eine verdammte Scheiße. Das ist doch Scheiße. Das heißt, ich kann jetzt alle wegschmeißen hier. Toll. Obwohl, ich könnte da oben Zeug bauen. Ey, genial. Wenn ich direkt darüber nachdenke, ist es toll, dass die da oben sind. Okay, ihr seid jetzt Sondereinsatz Team 7. Nein, 8. 8, die ist halt Einheit 8. Gebäude neutralisiert. Oh, fahr da mal raus, Jungs. Ihr macht alles nur kaputt. Oh Gott. Na komm, fahr da mal raus. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott. Zum Glück habe ich da Artillerie hingebaut. Jetzt sieht das jetzt echt scheiße aus. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nur die falschen zuweisen. Sonst wird es unangenehm. So, wir. Das Team ist noch nicht vollständig. Nein, fehlen noch 5. 5 habe ich gesagt, nicht 6. Dann fahrt ihr schon mal da rauf. Einheit absorbiert. What? Einheit absorbiert. Oh Gott, hoffentlich hat die Beförderten. Verteidigungsanlage absorbiert. Boah, f*** dich. Welche, wo? Ach, geil. Wo denn? Pff, wo denn? Keine Ahnung. Boah, f*** dich. Alter, f*** dich. F*** dich einfach nur, du Arschloch. Du bist befördert. 5, 4. Nein, dich nicht. Dich. Dich wollen wir auch nicht. Toll. Das heißt also, bis zur Erforschung dieser scheiß Chips-Sätze absorbiert ihr meine Einheiten. Und meine Gebäude. Gott, wenn ihr mein... Wenn ihr mein Commander absorbiert. Ach, du Scheiße. Dann lade ich wieder. Dann. Obwohl. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Kann man immer anders sagen, oder? Das ist mein zweiter Commander. Boah. Fantastisch. Boah. Ich verliere gerade all meine... Boah. F*** dich. Boah. Wie lange dauert denn das, bis sie fertig sind? Alter. F*** dich. Das ist ja Artefakt und das sagen sie mir jetzt erst. Ja. Das kann man nicht vorher mal sagen. Boah, f*** dich doch. Welche? Weh, du absorbierst meine Hero-Einheiten hier, du. Ich hau dir aus dem Maul. Boah, f*** dich doch. Wo ist mein Commander da? Ach, ich hab doch dich ausge... Ach, du bist schon eins. Gott, geile Scheiße. Was bist du überhaupt? Oh mein Gott. Geil, ja, genau. Warum nicht? Warum denn nicht? Genau, absorbier doch gleich alles auf einmal. Ach, ich bin so blöd, das richtig zu machen. Oh, ich fass aus nochmal. Ich bin echt unfähig, was zu bauen. Nein, nochmal. Oh Gott. Ich werde es wohl hinbringen, drei Gebäude bauen zu können, oder? Nein, das wird heute nix mehr. Äh, nochmal. Eins, zwei, drei. So. Welches? Welches denn? Ich hab so viele hier Arschgesichte. Gesichte. So. Was hab ich jetzt schon verloren an Einheiten? Boah. Zwölf. Boah, fuchze. Boah. Ich muss nachproduzieren. Hier ganz schnell Tankkiller, drei Stück. Drei davon. Drei davon. Und, das macht neun, noch drei Tankkiller. Gott, wie lange dauert die Forschung noch? Boah, das ist noch nicht mal fertig. Geile Scheiße. Wenn der meine Commander absorbiert. Boah, ich hau dem einen aufs Maul. Verteidigungsanlage absorbiert. Welche denn? Was? Oh mein Gott, meine... Ohne Luftabwehr. Zum Glück hab ich so viel, dass er absorbieren kann. Ne, was? Produktion abgeschlossen? Hab ich euch nicht fünf zugewiesen? Ach ne, das ist ja immer nur missionsbedingt. Kuppe drei, meldet. Kuppe zwei, meldet. Du bist doch auch zwei... Hallo, du bist gemeint. Ja, du. Mit deinem hässlichen Kran obendrauf. Oh Gott. Und die Framerate bricht schon wieder total ein. Warum auch immer. Ja, schön. Wie weiss, wenn du mal sagst, Forschung abgeschlossen. Das wäre nämlich richtig geil, weisst du das? Aber so richtig geil fände ich das von dir. Neuaufnahme statt, dann geht's kurzzeitig wieder. Ja, doch. Zu viele Einheiten. Boah, was haben die unten alles eingerissen? Zum Glück hab ich drei Kraftwerk gebaut. Oh Gott. Was für Geschwindigkeit hab ich. Oh Gott. Was soll dieses scheiß Gelache? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, schön. Einheit absorbiert. Einheit absorbiert. Gebäude wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Da war noch einer gestanden. Einheit absorbiert. Boah. Fick dich doch. Ja, fick dich. Gebäude neutralisiert. Wut. Welches? Produktion abgeschlossen. Was heißt neutralisiert? Einheit absorbiert. Einheit absorbiert. Produktion abgeschlossen. Zur Hölle beschießen die da. Oh Gott. Ich muss wieder... Oh, scheiße. Zum Glück hab ich so viel gebaut. Und ich überleg, was passiert wär, wenn ich jetzt nur ganz wenig hier stehen hätte. Oh Gott. Der wird wahrscheinlich... Einheit absorbiert. Boah. Ich absorbiere gleich eine in die Fresse, du Arschloch. Einheit absorbiert. Produktion abgeschlossen. Gott, wo schießen die hin? Komme sie und meldet. Wagt es ja nicht, meine guten Einheiten hier da zu absorbieren. Einheit absorbiert. Ich baue sie ja... Er sagt doch nur neutralisiert und nicht... Oh, fick dich doch hier, Wichse. Alles erst mal in die Luft sprengen, wa? Naja. Genau. Sprengt erst mal alles in die Luft. Was macht denn jetzt die Forschung? Wie lange dauert das noch? Boah, ich glaube... Speichern. Für den Fall ist ja mal Commanders absorbiert, kann ich laden. Naja. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Komme 3, meldet. Das kann man wieder alles in die Kontrolle bringen. Einheit absorbiert. Einheit absorbiert. Ha, ha. Gebäude wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Komme 3, meldet. Komme 3, meldet. Komme 3, meldet. Konstruktion abgeschlossen. Richtig, richtig, geil. Anders kann man es einfach nicht mehr sagen. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Die absorbiert aber nicht, nö. Pff, pff, die sind wöscht. Boah, schließ ja nicht die scheiß Forschung ab. Schließ die verfickte Forschung ab. Boah, die kommen aus der Fabrik und... Oh Gott, ihr habt meine... Gebäude neutralisiert. Konstruktion abgeschlossen. Komme 1, meldet. Fick dich. Produktion abgeschlossen. Fick dich einfach nur. 2, 4, 6, 7. Oh, hab ich bloß 7, weil 3... Einheit absorbiert. Gebäude wird angegriffen. Zum Glück baut er... Produktion abgeschlossen. Boah, bloß nicht aufhören zu bauen, ey. Der absorbiert fast nur meine produzierten... Fick dich! Hopp, sofort herunter mit euch. Gott, ich muss so viel gleich wieder aufbauen. Egal, werd fertig, du verfickte Forschung. Halt, da will ich doch nicht hin. Boah, verfickte Forschung wär fertig. Steht hier oben sicher? Ja, doch, denk schon. Äh, da fehlen aber noch so einige. Oh Gott, nein. Jetzt hab ich gleich... Einen hab ich noch. Gott, bewegt euch mal! Einheit absorbiert. Oh Gott. Was macht die scheiß Forschung? Sie haben Forschung abgeschlossen. Oh. Bringt das was? Bringt mir das was? Sie haben Systemforschung abgeschlossen. Können nun gegen Nexus abgeschirmt werden. Und das heißt... Dass er sie jetzt... Missionsziel erreicht. Oh Gott, sie ist jetzt schon vorbei. Und er hat so viel kaputt gemacht, dieser dumme Wichskopf. Egal, weiter. Kommander, ihr Angriff auf... Kommander, sie erweisen sich hartnäckiger, als ich angenommen habe. Zu schade, dass sie sich geweigert haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Das macht aber nichts, denn sie werden nicht mehr lange unter uns weilen. Nach intensiver Suche und Neuprogrammierung sind alle meine Systeme endlich wieder online. Einst habe ich die Welt mit Atomraketen zerstört, um den Weg für meine kybernetische Zukunft zu bahnen. Nun beabsichtige ich, die Welt weiter nach meinem Abbild zu formen, indem ich unerwünschte Auswütze, die sie, chirurgisch entferne. Meine Lasersatelliten laufen gerade warm. Ich werde sie als erstes an Ihnen testen, Commander. Ja, 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 ja. Nexos verlässt das System. Eingehende Übertragung. Kommander, wir versuchen zur Basis zurückzukehren. Dies ist unsere derzeitige Position. Übernehmen Sie das Kommando über unsere Streitkräfte und führen Sie uns an. Steuerung erfolgreich übertragen. Betrete neue Zone. Eintreffende Übertragung. Kommander, wir haben uns kontaktiert. Sie haben die Annäherung des Außentiers der Basis-Teams an ihre Basis beobachtet. Sie behaupten nicht von Nexus infiziert zu sein. Sie bieten ihre Basis als Ausgangspunkt für Operationen in dieser Zone an. Die Koordinaten der Basis werden übertragen. Missionstimer aktiviert. Oh, meine alte Armee. Äh. Ich habe jetzt aber nicht alles alte verloren, oder? Ich sage mir jetzt, dass das nicht wahr ist. Es darf einfach nicht wahr sein. Oh Gott, ich hätte vielleicht doch mal einen Hero mitschicken sollen. Oh, ihr steht gleich alle da. Na, das ist aber praktisch. Ich könnte mir jetzt aber nicht sagen, dass ich jetzt die alte Basis nicht mehr habe. Oh Gott. Nein, ich kann keine Gebäude bauen, also kriege ich die alte Basis wieder, hoffe ich. Boah, wäre nett. Ich töte irgendjemanden. Ach ja, ich habe hier eine Einheit verloren. Herzlichen Glückwunsch, du gehörst jetzt zur neuen ultimativen Kampfeinheit. Äh, habe ich schon einen neuen Missionspunkt angelegt? Nein, ne? Nein. Das war aber eben eine kurze Mission. Auch wenn ich... Auch wenn ich...